Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wenn du stehen bleibst, stirbst du. Ich habe noch eine Stunde, um die Rechnung zu begleichen, mich von meiner Freundin zu verabschieden und einen stilvollen Abgang zu machen. Ich muss nur lang genug am Leben bleiben, um das alles zu schaffen. Gib's mehr. Achtung! Wo ist Verona? Ich weiß nicht, wo er ist. Au! Du wirkst so gestresst. Was ist los mit dir? Ich muss dir was sagen. Ich bin Berufskiller. Wenn du mit mir Schluss machst, sag mir wenigstens die Wahrheit. Warte! Jetzt komm her. Du müsstest tot sein! Ihr seid alle Geschichte! Der unbekannte Amokläufer dreht ein letztes Mal auf. Mein Name ist Jeff Chalias und heute ist der Tag. Danke fürs Zuschauen! Verratet uns gerne unten in den Kommentaren eure Meinung. Wie fandet ihr das Video? Lasst gerne ein Like da und auch ein Abo und vergesst dabei nicht, das Glöckchen zu aktivieren. Wir sehen uns doch gleich. Für alle teste. Bis dann Lenen und fingerprintern! Untertitelung des ZDF für funk, 2017